Jack Reacher ist ein Phantom, war mal Militärpolizist, ein brillanter Ermittler, aber auch ein spezieller Typ. Vor zwei Jahren, dann ist er verschwunden. Man findet ihn nicht, wenn er nicht gefunden werden will. Entschuldigung, Sir. Ein Jack Reacher will Sie sehen. Kann ich helfen? James Barr. Sie sagen, er hat fünf Menschen erschossen. Ich glaube nicht, dass er es war. Was soll denn das heißen? Es war eine Falle. Was macht ein Militärpolizist denn so? Das gleiche wie Sie. Mit einem kleinen Unterschied. Jeder Verdächtige ist ein ausgebildeter Killer. Wonach suchen wir? Nach der Wahrheit. Dieser Soldat stellt Fragen, die niemand sonst stellen würde. Schnappt euch die Anwältin. Helen? Nein. Helen, sind Sie verletzt? Muss ich Ihnen das noch erklären? Denken Sie, ich wäre ein Held? Ich bin kein Held. Die Anwältin gehört Ihnen. Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde dich ausschalten. Die wollen, dass ich abhaue, aber ich bringe das zu Ende. Sind ein bisschen eingerostet, Mr. Reacher. Ich habe nichts zu verlieren. Und wenn Sie klug sind, macht Ihnen das Angst. Das Gesetz ist Ihnen egal. Beweise sind Ihnen egal. Ihn interessiert nur Gerechtigkeit. Ausstrahlung. 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 ARD Text im Auftrag von Funk